Du kennst dein Handwerk, du bist ein Meister deines Fachs. Ist das morgen noch wichtig? Wir besitzen ein Gerät, das per Fingerwisch das gesammelte Wissen der Menschheit bereithält. Und wir benutzen es, um mit Fremden über Katzen Videos zu diskutieren. Dein Smartphone ist ein Fußball-Stammtisch und filmt die ersten Schritte deiner Kinder. Die Welt dreht sich schnell. Ein Wisch mit dem Finger und du bist vernetzt mit der gesamten Welt. Außer mit deinem Werkzeug. Was wäre, wenn wir all diese Möglichkeiten nutzen, um etwas Sinnvolles damit zu tun? Wenn wir unsere Messtechnik weiterentwickeln und dafür sorgen, dass sie unseren Arbeitsalltag erleichtert. Wenn in der Messtechnik alles vernetzt würde und alle Ergebnisse überall und immer verfügbar wären und so einfach zu bedienen wie deine Wetter-App. Wenn wir uns von Zettelwirtschaft, Protokolldrucken, unerreichbaren Messungen und anderen Problemen von gestern verabschieden würden. Mit unserer Leidenschaft und Expertise für Messtechnik wollen wir die Welt von morgen gestalten. Mit dir gemeinsam. Eine Welt, in der dein Messwerkzeug Probleme löst und deinen Tag erleichtert. In der du deine Messungen nicht mehr notieren musst, da sie bereits auf deinem Smartphone und deinem Computer im Büro gespeichert sind. Eine Welt, in der Technologie für etwas Sinnvolles eingesetzt wird, um die Probleme von heute zu lösen und den Herausforderungen von morgen entgegenzutreten. In der du dich auf deine Kunden konzentrieren kannst, statt auf Dokumente. In der du auch die nächsten Schritte deiner Kinder aufnehmen kannst, da der Papierkram bereits erledigt ist. Mit einem Partner, der dich versteht und dem du vertrauen kannst.